Doch müsst ihr wissen, auch dieses Wittiger-Schiff, auch dieses Festival ist leider der Verdammnis zu liegen. Jedes Schiff muss einmal untergehen, so wird es heute Abend auch mit uns sein, glaube ich. In diesem Sinne, wir liegen jetzt quasi am Boden des Schweres und uns bleibt eigentlich nur noch eine Wahl heute Abend am Wochenende. Es ist wirklich da eine Uhr nachts, nach dem Schmied noch genau eingewähmt und damit wir auch noch durchhalten, müssen wir zu die Arme kommen. Wir müssen, dass hier keiner mehr alleine bleibt. Ein riesiges, armegeistisches Wittang, oder? Wir holen den Knister, Rockarts, wir spüren es schon. Spürt ihr es auch, dass ihr alle seid? Und der Beste, dass ihr uns am Ende des Liedes, wenn der Refrain beginnt, alle gemeinsam mit uns, Arm in Arm, springt im Rhythmus. Geht mir das hin? Rockarts, schafft ihr das? Also, erstmal entspannt. Y-Einh Thomas' Rhythmus. Y-Einh Thomas' Rhythmus. Karina Eisen herr Choria nr tech Y 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 Hans-Holgarit wird los und pack' ihn auf den Schnaus' Der Dürrsch wird wach' die Rüsterlose, der für den guten Muskel war' Wer zuletzt kommt, der sagt, Gute Nacht! Wer zuletzt kommt, der sagt, Gute Nacht! Alle sind ein bisschen froh, wir sind nie mehr allein Und weiß, was uns so vollkommen ist, wo? Wir sind nie mehr allein, wir sind nie mehr allein Star-Kar Das ist die Neiße, was uns so vollkommen ist Der D absolutely 오늘 der четы Uhrtags division Die Den noch diploma ist Star-Kar Und man sagt, dass der Gauernsteht, Leidenbrot ist mein Geheim. Seh und schiebe, ein Gottfried, Leidenbrot ist mein Geheim. Leidenbrot ist mein Geheim. Das ist mein Geheim.